Dank einer neuen modularen Plattform und effizienteren Motoren vereint der Sandero Stepway erhöhten Fahrkomfort, Reduzierung der CO2 und Schadstoffemissionen und sorgt für nachhaltigere Mobilität. Diese Motoren entsprechen der Norm Euro 6D Full, die am 1. Januar 2021 in Kraft treten wird. Der Benzinmotor TCE90 bietet zusammen mit seinem 6-Gang-Schaltgetriebe eine Leistung von 67 kW und ein Drehmoment von 160 Nm. Der Benzinmotor TCE90 CVT bietet zusammen mit dem Automatikgetriebe X-Tronic eine Leistung von 67 kW und ein Drehmoment von 142 Nm. Dieses Automatikgetriebe vom Typ CVT bietet unmerkliche Gangwechsel und verbessertes Ansprechen und ermöglicht eine Reduzierung von Kraftstoffverbrauch und CO2-Emissionen. Sandero Stepway wird auch mit einem LPG-kompatiblen Benzinmotor angeboten, dem TCE100 Eco-G. Der Motor Eco-G bietet 10 PS mehr als der Benzinmotor und ein besseres Motordrehmoment. Mit seinen zwei Tanks haben Sie die Wahl mit Benzin oder mit LPG zu fahren, um Kraftstoffeinsparungen zu erzielen. In der Tat ist LPG beim Tanken billiger als Benzin. Außerdem bietet der Sandero Eco-G dank seiner zwei Kraftstofftanks über 1300 km Autonomie, ohne das Gepäckraumvolumen zu beeinträchtigen. Beachten Sie auch, dass der Sandero Eco-G im Durchschnitt 11% weniger CO2-Emissionen ausstößt als ein vergleichbarer Benzinmotor. Untertitelung des ZDF für funk, 2017